ach ist das das ist ja und damit begrüße ich euch wieder hier ganz herzlich zurück zu prince of persia the lost crown und ja wir sind jetzt warum ist denn der da warum ist denn da eine markierung egal wir sind jetzt hier in der nähe eines wak wak baums ich weiß nicht warum jetzt hier da das so getrennt ist aber okay so wir haben jetzt im letzten part haben wir folgendes erhalten das war knapp nämlich dass wir uns teleportieren können dahin wo wir diese blätter hinwerfen zack damit können wir jetzt zum beispiel auch dann hier irgendwo hin nämlich dahin ab hier ist gar nichts hier ist ja wirklich nichts hier ist ja gar nichts na 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 was war das denn wollte ich da lang okay da will ich lang ach ist das das ist ja ja das ist ja fieser als fies uff uff aaaaaaah okay jetzt bin ich da Okay, das nehmen wir immer wieder gerne. Da unten links haben wir auch noch nicht. Wer ist da nicht? Nein! Warum? Menolias. Durch dich haben wir eine neue Fähigkeit erlangt. Darum kann ich scheinbar auch weiter, da kann ich auch weiter. Oh man, jetzt sind hier wieder so viele Wege. Uah. Okay. Uah. Okay, was wir jetzt erstmal brauchen ist... Äh, anderes Amulett. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt als letztes reingelegt hatte. Ich glaube das hier, ne? Und dafür möchte ich wieder reinnehmen... Das Fortuna. Komm, nehmen wir das. Und dann gehen wir mal nach oben. Was haben wir hier? So. Sonst weiter haben wir hier nichts. Okay, dann kann ich eigentlich schon wieder runter. Aber wir gucken doch mal lieber. Man weiß ja nie. Okay. Ja, das ist hier. Okay. Weiß ich, wo wir sind. Einmal speichern. So, und genau. Hier kann man noch nicht weiter. Okay, hier geht's ran. Was ist das denn da jetzt? Ich wüsste jetzt nicht, wofür das ist. Okay, also das kann ich immer noch nicht. Kann nicht sein, oder? So komme ich aber nicht rüber. Mal gucken, ob ich das schlagen kann. Nö. Also das bringt mich definitiv nicht weiter. Das heißt, mir fehlt immer noch eine Fähigkeit. Äh. Wow. Ach komm. Da komme ich lang, da komme ich nur von der anderen Seite lang. Okay. Und tschüss. Boah. Hier komme ich runter. Boah. 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 Mit viel Glück komme ich da hoch, aber das war's dann auch. Boah. Okay. 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 Boah. 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 Juhu! Okay, den haben wir auf. Dann schauen wir jetzt, ob wir da langkommen. Ah, Schmutz. Ich will nach da oben. Ich komme da aber nicht lang. Wie kann ich das einsetzen? Komme ich da hin? Ah, hier komme ich hin. Das ist gut, da wollte ich auch hin. Das ist gut. So, jetzt kann ich nämlich hier ein bisschen zaubern. Äh, okay. Das funktioniert nicht. So. 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 Ah Warte mal Ne, das funktioniert auch nicht Weil ich nicht springen kann Das könnte funktionieren Okay So Yes Nice Okay Okay Muss ich mir herausfinden, wo ist der letzte So So, dann machen wir es so Ah Okay Okay So Damit haben wir es doch, oder? Okay 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 Dann warten wir auf den Ja, verdammt, das war jetzt falsch Ah Ja Okay Okay, wir müssen nur warten, bis die alle gleichzeitig da auf diesen Feldern sind Hoffen wir mal, dass das aufgeht Es hat funktioniert Und es gibt, uh, das ist schön Noch eine Amulettfassung Okay Okay Was? Anahita? Oh mein Gott Sargon Deine Klinge war schärfer als meine Ich hätte besser vorbereitet sein müssen Warum hast du Warum hast du Prinz Rassan entführt? Ich habe Königin Tomires Befehle befolgt Ich kann dir nicht den Grund nennen, aber ich muss meine Mission erfüllen Deine Mission hat Rassans Leben gekostet Kein Grund Salz in die Wunde zu streuen Ich war allzu loyal Du hast mir nie beigebracht, mit solch einer Niederlage umzugehen Aber ich finde, ein Weg ist wieder gut zu machen Niemand kann sich gegen Varam stellen und überleben Es gibt immer ein erstes Mal Du sagtest, du wirst es wieder gut machen Was schwebt dir vor? Ich weiß noch nicht, ob es funktionieren wird, aber ich muss die Chance nutzen Dann lass mich dir helfen Ich kann dir jetzt nicht vertrauen Ich verstehe Das ist dann wohl ein Abschied Leb wohl, Anahita Ein Bosskampf, umso besser Schön Schön Wie müssen wir denn jetzt da hin? Wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da hin? Scheinbar von der anderen Seite Scheinbar von der anderen Seite Wow Ne, vorher möchte ich erst ein paar andere Sachen machen Ah, Anahita ist weg Okay Das sind auch so viele Sachen Sekunde Da komme ich glaube ich am geilsten dahin Weil da sind ja auch noch Sachen, die ich finden kann Können wir ein Amulett dazu nehmen? Weiß ich, ich übertreibe es hier gerade Aber hey So, wenn ich jetzt hier rechts lang gehe und da hin Da war ich ja schon mal Das da, dieser Part, dann Geht da schon was Hier nach unten war hier nix Hier war nur noch was, wo ich nicht rüber kam Sondern erst später, ne? Ja, das war da So kenne ich auch den Weg noch nicht Ah Vielleicht Da war ich auch noch nicht Machen wir alles im nächsten Part Ich bedanke mich ganz herzlich, sag bis zum nächsten Mal Und ich bin euer Traut Rhein Tschö, tschö Gäster 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 Untertitelung des ZDF, 2020